War hier irgendein Geheimnis? Ich guck nicht mehr hier oben. Ne. Ah, Mutter Akins. Alter, 202 schon. Wahnsinn. Ok. Ganz schön viele haben wir jetzt gerettet schon. Also fehlen jetzt nur noch 98. Was fehlen denn da noch? Ich muss mich mal oben umgucken, irgendwas fehlt doch da. Weil wir haben jetzt alle 3 generell ausgeschaltet. Also guck mich jetzt nochmal nach weil das irritiert mich ein bisschen. Deshalb schaue ich mir lieber nochmal nach. Und immer noch so ne Forzflasche mit. Ich glaube das ist nicht Forzflasche. Guck mal. Okay. Wie kommt das nicht ganz koscher vor? Ist irgendwas fehlt. Ok, Hammer ist klar. Da wollte ich jetzt nicht hin? So. Trotzdem, es kommt mir nicht ganz koscher vor. Irgendetwas fehlt da. Kann man überhaupt nicht hier sein? Nee. Kommt mir aber ein bisschen seltsam vor. Weiß ich auch nicht. Hier ist irgendwo ein Geheimgang. Ich kann mich da so noch ganz dunkel erinnern. Ja, hier. Hier, hier, Junge. Hier, hier, Junge. Ich bin hier, Junge. Ich hoffe, da sind alle Kreatas. Hier, hier, Junge. Hier. Das ist ein mieser Geheimbereich, ich hab ihn gehasst. So, wie komm ich denn an dem Penhuller vorbei? Der legt doch die Mudakens um. Ach nein! Ich muss in dem Moment rein gehen während er sich umdreht. Boah! Ach du Scheiße! Äh... Okay. Ich weiß was ich machen muss. Das ist heftig. Achja. Warten wir mal noch einen ab. Aber das wurde gemeint. Nee. Nix. Macht nur eure Arbeit Jungs. Ah ne, ich muss ganz nach hinten um an den Ring da ranzukommen. Na, jetzt kapierst du. Oh mein Gott. Das ist aber ganz clever gemacht. Oh mein Gott. Oh man ey, das ist nicht einfach. Geh mich zu. Weil dann sieht mich der andere und das ist voll gut kacke. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Deshalb der eine mich nicht sehen will. Aber komm. Hilfe! Hilfe! Er schießt ihn eh. Ja, genau das war mein Plan. Hilfe! 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 So, wie soll ich die jetzt sein? Absolut keine Ahnung. Die ist doch schwierig. So ich glaube ich lotse da jeden einzelnen. Gute Idee. Huh. Ähm, okay, alles klar. Ah, ich kann mich doch echt irgendwie nur hassen. Ey, das ist doch voll behindert. Wirklich. Ah, was soll ich denn da machen? Wirklich. So viele Millisekunden, die man hat. Das ist das Schlimme. Okay. So, so bleib ich jetzt mal hier. Ich hol jetzt erstmal einen anderen Kumpel. Okay. You'll meet him. Okay. Okay. Hab ich nun mal Glück. Okay. Okay. So, ab mit euch. Gott sei Dank habe ich die gerettet. Das war ich nochmal Rettung in den letzten Sekunden. Tja. So ist es halt, wa? Irgendwie spinnt halt mein Mikrofon so ein bisschen. Hier der Junge. Wo bin ich? Aha, hier bin ich. Hier der Junge. Wirklich alles? Ne, wir müssen hier nochmal rein. Ne, hier waren wir noch nicht. Ne. Ne, wir müssen hier die Geheimnisse. Ne, da sind schon mal vier. Okay, dann lassen wir mal nachdenken. Wie war das denn? Glaubt das wir es mal aufbringen? Ja. Müsste doch hier unten irgendwas sein. Achja. 6 Stücke macht 2 nur 12 So, wie mache ich das jetzt da oben? Ach du dummer Scheiß blöder Modalken! Ok, muss ich von oben! Das ist schon so ne Idee! Ob da müssen wir? Nö! So, ich weiss auch schon wie! Das ist schon mehr Kretus! Ist hier irgendwo ein Geheimnis? Nee, ist nix! Ja, hi! Bist du ein kleines Mistvieh? Ich hasse euch! Ihr habt mir auch schon schlimme Stunden bereitet! So, ähm... Naja, bis zum Mitte der Brauerei wollten wir heute zocken! Mehr nicht! Den Rest mache ich dann wahrscheinlich, ähm, morgen! Bei Exodus kriegen wir morgen fertig aufgenommen! Wenn du nicht, ähm, in dem Moment tilt oder einfach, ähm, mich nicht mehr weiterspielen lässt, dann ist das echt lustrierend! Ich muss immer Schritt für Schritt vorankommen! Ist hier überhaupt ein Geheimnis? Ich bin ein... Trottel? Kann man sich nicht vorstellen, wie? Man, das ist doch einfach nur Ächsen! Sollte schopfen wir das aber! Und hier geht's weiter, natürlich! Ha...ha... Hier ist nämlich keine grüne Flasche, ähm, ah ja. Läuft nicht. Dafür brauche ich also drei. Na gut, dann müssen wir mal gucken. Nicht wahr? Nee, hier ist nicht mehr lang, ich muss da hoch. Gehen wir mal da mal hoch. Noch mehr Spaß mit Pfirschen? Gerne. Ich glaube, die muss man mit Bedacht einsetzen. Ach so, ja, das ist ja wohl klar. Was? Ohja! Ohja, du bist! Ohja. Ja ja, jungen. Wow. Vielen Dank.